Du willst neue Sounds in dein Yamaha Keyboard laden? Dazu benötigst du den Yamaha Expansions Manager. Wie genau dieses Programm funktioniert, erfährst du in diesem kleinen Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. Ja, heute soll es um das Thema Yamaha Expansions Manager gehen. Dieses Programm ist erforderlich, um Expansions Packs, welche auf der Yamaha Download Seite zu finden sind, in das Keyboard zu installieren. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Als erstes muss die Instrument-Info-Datei aus dem Keyboard ausgelesen werden, um diese in den Yamaha Expansions Manager zu übertragen. Also, auf ans Keyboard. So, am Keyboard angekommen, drücken wir zunächst die Taste Menü, Menü 2 und wechseln dann ganz links unten auf den Ordner Expansion. Und hier sehen wir schon Export-Instrument-Info. Wir haben einen USB-Stick angeschlossen und auf diesen wird jetzt, bei drücken der Taste OK, die Instrument-Info-Datei übertragen. Das war es auch schon. Kurz mit OK bestätigen. Und jetzt geht es ab mit diesem Stick in den PC. Und schon sind wir am PC angekommen und wechseln gleich mal auf die Computer-Ansicht. Wir haben hier unser USB-Laufwerk, den Stick. Und auf diesem Stick finden wir die Genus-Instrument-Info-Datei. Wir öffnen als nächstes den Yamaha Expansions-Manager. Und wir finden hier oben links Install Target. Klicken auf dieses Plus und Import-Instrument-Info. Wir haben jetzt unsere Instrument-Info-Datei und diese lesen wir jetzt ein. Und es erscheint der Genus in meinem Falle als Instrument. Yamaha hat zur Zeit einen Großteil ihrer Voices & Style Expansions-Pakete zum freien Download angeboten. Den genauen Link werde ich dann in der Videobeschreibung verlinken. Auf dieser Seite können wir uns jetzt hier unser Modell aussuchen. In meinem Fall wäre das der Genus. Und wir bekommen hier eine Auswahl an Expansions-Packs, welche heruntergeladen werden können. In meinem Fall möchte ich jetzt dieses Balkan-Set herunterladen. Ich klicke es an. Und wir haben hier in diesem Bereich dann die Möglichkeit, das entsprechende Pack herunterzuladen. Wir sehen, es wird heruntergeladen. Und wenn wir alles, was uns interessiert, auf unseren PC gebracht haben, muss diese Datei anschließend entpackt werden, um dann in den Expansions-Manager eingelesen werden zu können. So, und jetzt müssen wir natürlich die heruntergeladene Datei, in diesem Fall hier dieses Balkan-Set, mit Rechtsklick, alle extrahieren, extrahieren, entpacken. Und wir haben jetzt hier oben den Ordner Balkan-Türkij-Ginos mit dieser CPF-Datei erhalten. So, wir können jetzt wieder auf unseren Expansions-Manager wechseln. Und haben hier oben links My Packs. Wenn wir darauf klicken, öffnet sich dieses Feld mit diesem kleinen Plus. Und wenn wir auf dieses Plus klicken, haben wir hier die Möglichkeit Import Pack. Das möchte ich natürlich gern tun. Wir haben hier unser Balkan-Paket, was wir gerade heruntergeladen haben und entpackt haben. Dies möchte ich mit einem Doppelklick kurz anklicken. Und schon werden die Daten des Paketes in den Expansions-Manager übertragen. Wir haben also hier im unteren Bereich die einzelnen Sounds, die in diesem Paket enthalten sind. Und durch Klick auf das Plus können wir natürlich das nächste Paket installieren. In meinem Fall würde ich jetzt hier gern mal das Celtic-Paket installieren. Und es dauert einen klitzekleinen Moment. Und schon werden die Daten eingelesen. Wir haben jetzt hier wieder im unteren Bereich die Sounds des Celtic-Pakets. Und ich kann jetzt die Ansicht zwischen den einzelnen Paketen wechseln. Wichtig ist, dass die Sounds ihren festen Platz auf dem Keyboard bekommen, um später, wenn sie in Registrationen verknüpft sind, wieder gefunden werden können. Sie dürfen also dann, wenn sie in Registrationen eingebunden sind, nicht mehr verschoben werden. Deswegen ist es wichtig, sich die genaue Adressierung der einzelnen Sound-Pakete genau zu merken. Natürlich, über die Zeit vergisst man das. Deswegen ist es sicherer. Man macht sich ein Screenshot von dieser ganzen Geschichte. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Wenn wir hier oben auf dieses Dreieck klicken, haben wir hier Change Bank Select. Und sehen also, dass jetzt dieses Balkan-Paket auf der Programm-Nummer 000 liegt und das Celtic-Paket auf der Nummer 001. Man kann natürlich, um seine eigene Sortierung herzustellen, dieses auch anklicken und verschieben. So ist es möglich, seine eigene Ordnung herzustellen. Dann fragt er mich noch, ob diese Variante so gespeichert werden soll. Das bestätige ich natürlich mit Save. Und jetzt sind die Celtic-Sounds auf LSB10 gespeichert. Das kann man natürlich jetzt beliebig fortführen und sich noch viele, viele Pakete hier reinladen. Jetzt gilt es natürlich, die einzelnen Sounds auf den Genus zu übertragen. Dazu klicken wir hier in dieses Feld Genus und sehen jetzt, wie die einzelnen Pakete hier einen grünen Kreis mit weißem Pfeil bekommen und die ganzen Sounds natürlich auch diesen Haken bekommen. Und ich kann jetzt für mich entscheiden, ich gehe jetzt auf dieses Balkan-Paket und sage, ja, dieses Fidel-Vibrato will ich aber nicht mit reinhaben. Das gefällt mir sowieso nicht. Und dieses Balkan-Power-Kit, das brauche ich auch nicht. Also kann ich hier die Sounds abwählen beziehungsweise anwählen. In meinem Fall möchte ich jetzt alle Sounds übertragen. Also das komplette Balkan und das komplette Celtic Genus-Paket. Und dazu, wenn alles markiert ist, gehe ich jetzt hier oben auf den Button Save as Packfell Install File. Ich werde gefragt, wo ich das Ganze abspeichern möchte. Das ist bei mir jetzt hier schon im richtigen Ordner vorgesehen. Und ich kann dem Ganzen hier natürlich, wenn ich möchte, einen Namen vergeben. Ich speichere dieses Pfeil jetzt und das Ganze als Pack-Installation. Es kann natürlich auch als Quick-Installation, aber in dem Fall ist es sicher, wir machen es als Pack-Installations-Pfeil. Speichern. Ich möchte jetzt in meinem Fall ersetzen. Jetzt sehen wir im oberen Bereich, dass in diesem Fall 165 MB von 3000 MB verbraucht werden. Also haben wir noch reichlich Platz für viel, viel Soundfutter. Wir wechseln jetzt als nächstes in unseren Explorer, wo wir die Datei Genus-Pak-Install-Data, in diesem Fall diese Datei abgespeichert haben und übertragen diese Datei durch Kopieren auf unser USB-Laufwerk. Am Keyboard angekommen, wechseln wir wieder in das Menü 2, gehen auf Expansion, Pack-Installation, wechseln auf unseren USB-Stick und sehen jetzt hier Genus-Pak-Install-Data. Ich wähle es aus und jetzt ist natürlich wichtig, wenn wir jetzt OK drücken, gehen alle Daten, die bisher auf dem Keyboard gespeichert waren, verloren. Das heißt, wenn ich schon Sounds eingeladen habe, sind die hinterher weg und werden durch die neuen Daten überschrieben. Deswegen möchte ich das in meinem Fall jetzt nicht tun, denn ich habe schon viele, viele Sounds drauf, die ich jetzt nicht mit diesem Paket überschreiben möchte. Aber für alle anderen OK klicken und schon wird alles installiert. Anschließend können wir jetzt im User-Speicher unter Expansion unsere installierten Pakete sehen und können dort die einzelnen Sounds wählen. Ja, das alles ist, wenn man es einmal gemacht hat, alles kein Hexenwerk. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit den neuen Sounds und den Keyboard-Spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer Riku. Ciao.